Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Guckt mal hier unten in der Beschreibung, da seht ihr den neuen Ed Mahoney Kanal. Der alte ist leider verloren gegangen. Weiß der Teufel warum. Also die Aktion, die werde ich peu a peu von meinem Kanal auf den Ed Mahoney Kanal packen. Also hier unten. Trotzdem werde ich euch irgendwie sagen, packt einfach Abo drauf, Glocke an. Heute Spezialaktion von Ed Mahoney zum Tag der deutschen Arbeiter. Sozusagen. Haben wir uns was für euch ausgedacht. Damit ihr auch kräftig noch zupacken könnt, das Hitsumi Ishiago, vertrieben von Ed Mahoney, das ist ein Messer, ein Langmesser. Und ich würde sagen, das ist ein Katana. Ihr habt es ja gesehen. Eher ein Sammlerstück. Japanischer Kohlenstoffstahl. Ich würde jetzt sagen, made in Seki City, Japan. Sonst kriegen wir noch eine Klage an den Hals von jemandem. Da reden wir noch erstmal drüber. Also. Das ganze Angebot umfasst nicht nur das Messer mit dieser richtig schönen, coolen Scheide. Schön. Sondern umfasst auch diesen japanischen Redstone. Der hat eine 1000er und eine 3000er Körnung. Kommt normalerweise Standard mit so einem Gummisockel. Daher. Ich weiß ja, einer oder einer wird sagen, ich kann das nicht. Hey. Das Ding gibt es fast umsonst dazu. Fast umsonst. Jetzt kommt der Knaller an. Der sagt, mh. Nicht so schön. Packen wir von Edmar Honi. Und das hier mit drauf. Schön. Bambus. Sockel. Und das Ding drauf. Hey. Das Ding könnt ihr euch in eine Vitrine stellen. Das könnt ihr sonst wochen tun. Schön. Also ich pack mal es in die Vitrine. So. Das ganze Angebot umfasst etwa einen Warenwert von 19. 25,95 Euro. Was kloppeln wir jetzt für euch raus? Das ist wieder so eine Premium-Aktion. Ne, die Sau in die Beschreibung. Guckt immer in die Beschreibung ran. Ich sag's euch. 26,95 Euro. Für euch von Edmar Honi und mir. Was heißt für mehr von mir? Der Edmar Honi, der weiß ja gar nichts von. Ich hab die Webseite exakt. Kannst alle an der Stelle. Der weiß das gar nicht. Also. 9,95 Euro. Solange der Vorrat reicht. Allein, ich glaub, allein der Redstone an sich kostet. Nagelt mich nicht fest. 30,35 Euro. In dem Zustand hier mit. Eigentlich sehr brauchbar. Aber es gibt Leute, die mögen es halt lieber noch stilvoller. Die haben es dann gerne hier auf so einem. Bambus Altar. Ja. Wo man dann schön. Ist übrigens aus. Ist ein synthetischer Stein. Ist kein. Kein abgebauter Stein. Wo dann sein Messer. Schön. Natürlich nass. Beschärfen kann. Ja. Natürlich. Nicht so wie ich jetzt. Aber. Ja. Aber ich hab ja auch. Nicht das Messer bewegt. Sondern. Den Stein. Ah. Also. Das ist jetzt das Angebot. 90,95. Wo kriegt man denn sowas. Außer bei Ed Mahoney und Arthur Brehm. So. Link ist in der Beschreibung. Bitte abonniert den Kanal von Ed Mahoney. Den ich betreue. Guckt auch auf Instagram. Link ist auch in der Beschreibung. Ed Mahoney. Der offizielle Kanal. Alles offiziell. So. Danke fürs Zuschauen. Dann. Kauft's euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.